Halli-Hallo, Hallöchen meine lieben Eisenbahnfreunde. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Hier ein Transport Viva 2, genau. Muss eben mal eben abschalten da. So, und jetzt wollen wir mal sehen, was wir hier machen. Ich bin ja jetzt auf der anderen Seite hier. Von der Insel. Dann haben wir, jetzt habe ich da hinten schon was gemacht hier, gehabt, gestern noch. Ich muss hier noch die ganzen Städte benennen und so. Wir haben hier schon mal angeschlossen. Ja, hier sollte eigentlich da drüber gehen, aber ich weiß noch nicht wie. Von hier nach da. Zu unserer Hauptinsel. Das war hier in Anschluss kriegen. Tja, aber ich sehe da wohl schwarz. Ich habe nämlich noch keinen blassen Schimmer. Brücken habe ich nicht, die ich da hinstellen kann, die da rüber passen. Was habt ihr denn für einen Vorschlag? Ich weiß nicht, wie ich hier eine Brücke praktisch richtig rüberkriege hier. Über die Stadt. Das ist, wenn ich jetzt hier her gehe. Und dann muss ich dann hier trotzdem rüber. Oder so. Dann da hinkommen wir. Äh, denn Zugfähren gibt es noch nicht. Oder ich muss hier einen Anleger machen. Und da muss ich auch gleich den Bahnhof haben, ja. Dann hätte ich das etwas weiter nach da gewusst. Ich weiß es noch nicht. Äh, es sind immer Sachen hier, die dazwischen kommen. So, jetzt sind wir erstmal hier. Äh, jetzt verbinden wir das hier mal mit hier. Haben wir auch noch nicht benannt, da die Städte. Das kommt aber alles noch. So. Die hängt schon da dran, ne. Das auch. Aber, hier haben wir ein Zementwerk. Hat schon einen eigenen Bahnhof. Auch schon angeschlossen. Wenn wir nur noch Signale setzen. Da sind wir noch nicht so weit. Hier müssen wir auch noch Signale hin. Hier haben wir schon. Hier müssen wir auch noch welche hin. Ja. Jetzt wollte ich eigentlich von hier. Äh, hier rauf. Genau. Ob das alles so wird, weiß man alles nicht. Jetzt muss ich erstmal einen versuchen. Äh, komm her. Komm. Immer verschieben wir. Ich bin jetzt erstmal da rauf. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, wenn das so in die Luft gehen würde, das würde reichen, wa? Ja. Das würde der Gefühl reichen. Ey, das, das, das glaube ich nicht, ne? Aha. Ja, das machen wir doch so. Wie sieht's aus? Ohne Stützen. Ohne Stützen. Hat ja, hat ja gefunkt, äh, funktioniert. Ob wir das damit auch hinkriegen? So, gehen wir mal ran. So, kicken. Hoch genug. Ja, gut. Das ist hoch genug. So, jetzt haben wir noch zwei Bleibe hier. Wollen wir erstmal bis dahin, beide. Ich merke schon, äh, dass hier immer mehr Leute auch, äh, ab. G, G, G. E, G, G, D, ja. Ich finde das auch richtig klasse von euch. Ich, G, 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 G. ja gut das haben wir gelöst einfach spitze da können wir auch gleich signale hinstellen auswärtssignale auswärtssignale nassbrecher da kommen wir direkt da rein da haben wir schon ja da haben wir schon fertig oder mal weichel bei die sorry ja dann machen wir das anders hier weil hier Oh, ja, kommt das auch nicht hin. Oh, ja, kommt das auch nicht hin. Oh, ja, ich weiß nicht. Oh, ja, ich weiß nicht. So, haben wir ja! Vor allem darf ich ihn nicht vergessen, um abzuspeichern. Wenn er sich aufhängt, man weiß es ja nie. So, da kann man gleich signalen und knallen. Halt! Genau da. Da rein, da rein. Eigentlich bräuchte ich ja noch mehr. Achso, hier können wir auch hier halten. Nein, stimmt ja gar nicht, der ist ja verkehrt. Da! Der ist auf dem verkehrten. Der ist auf dem verkehrten. Der ist auch noch auf dem verkehrten. Äh... Das war ja hier so... Ne, der muss ja... Ja, der geht ja dann da hin. Ja, dann da. So, und die anderen beiden gehen... In der Richtung, gut. Warum sind die denn hier welche? Kann ich die doch auch wegnehmen, oder? Ach, das ist eine Landerstrecke. Trotzdem wächst er nicht. Er war weg. So... Dann müssen wir... Guck dir Brücke, machen wir das natürlich... nicht. Müssen wir hier machen. Dann machen wir hier noch einen. Das ist vielleicht besser. Wie weit können wir ziehen, ne? Das ist die Frage. Nein! Ne? Ja, ja, ja. Äh... Das... Na, das Peigal ist ja gerade wieder. Oh! Ich meine, der Ball jetzt ist ja schon gut. Hier können wir mal sehen. Dann haben wir richtig lang gezogen. Deswegen. Aber ist ja nicht schlimm. Gut. Ich muss. Moment. So, dann gehen wir mal her. Ich muss gespeichern, ich muss gespeichern nicht, dass hier aber passiert. Warum sind die denn? Na, ich muss nicht gerade weggemacht. Mal hier, haben wir einen. Ich stehe hier jetzt noch nie. Da ist es dann. Okay. So, ich speichere lieber ab. Das ist mir doch. Ja, seht ihr? Crash. Gestern, 16 Uhr, sowas. Ja, 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 ja. Ich habe die Datei noch gar nicht gelöscht. Nicht, dass ich da aus Versehen draufkomme. Mal hier, sagen wir mal. So. Ich knall mal hier Signal hin. Halt. Ausfahrt. Ausfahrt. So, jetzt haben wir hier. Warum habe ich hier jetzt? Wer hat denn jetzt die Signale da gesetzt? Wo waren die jetzt? Da, an der Brücke. Hab ich die gesetzt? Kann doch gar nicht sein. Wegpunkte, muss ich mir aufwärtsen, wa? Äh, das ist... Warte mal. Was war denn das jetzt hier? Ich sag mal, setzen die sich automatisch eventuell? Hä? Ich hab keine Ahnung. Dann machen wir jetzt noch Weiche hier. Von der Einfahrt. Ich glaube, mit zwei Zügen wollen wir ja auch da nicht hin. Also, die machen wir jetzt weg erstmal. Also, die elektrieren. Vorhin, weil ich noch gar nicht den Abstand weiß. Okay, einer. Und, die sind da. Auch gut. Zack. Zack. Und dann gleich wieder. Einfahrtsegnal. Einfahrtsegnal. Halt. Halt. So, jetzt sind wir hier. Ach, jetzt müssen wir mal abspeichern. Oh Gott, wenn ich jetzt fein habe. Vorhin sag ich's noch. Ich habe keine Lust, alles von Warnow irgendwie hier zu machen. Oder, was heißt alles? Was man gerade gemacht hat. Also, beim Zementwerk, da muss ich auf jeden Fall noch was machen. Also, jetzt hat es 100 Pro. Aber das funktioniert dann nicht. Da muss ich doch mal dringen. Irgendwas. Oh, das ist ein langer, langer Teil. Egal. Dann machen wir das hier auch. Ne, will nicht. Dann müssen wir hier anfangen. Das eine machen gerade. Dann hier. Wir müssen hier rüber. Macht er nicht. Ich weiß natürlich auch nicht, ob das die richtigen Signale sind. Hier muss ich bestimmt immer noch einen Wegpunkt setzen. Oder was meint ihr? Wie würdet ihr das machen? Mit wem Wegpunkt oder ohne? So, dann machen wir hier. Wir gehen hier über die Gleise rüber weg. Wegen dem Bahnhof. Hier rüber. Dann kann der sich immer selbst aussuchen. So, jetzt muss ich mal sehen. Moment. Da. So. Wenn die Dinger sind, die man anklicken kann, dann ist es gerade. Dann können wir hier beraten. So. Okay. So. 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 Das ist ja. So. so abspeichern ja ich habe gelernt ja da bin ich ja wirklich trotzdem nur traum gespannt wie ihr das lösen würdet mitte hier und der insel hier rüber die welt hat ich ja mehr mehr der festland das ist die insel da wie da am besten ich dann müsste dann wäre ich schon weiter viel weiter aber aber so was machen wir denn hier hier irgendwo das machen also und Was geht hier die Scheiße? Eine Seite geht ja immer. Wie geht das mit der anderen Seite, ne? Ah, jetzt muss ich es machen. Oh, da hat was angezeigt. Tja, cool. Moment. Oh, geht. Da bin ich immer froh. Ja. Klappt. Muss ich auch mal Glück haben. So, gleich Signal hinsetzen. Komm her, komm. Ach, hier habe ich, äh... ...noch nicht. Aber hier kommt ja sowieso nur ne... ...mehr oder weniger so ne Art Wimmelbahn. Weil hier ist ja nicht so viel los. Hier von Werbtausen, oder vielmehr hier, von Eckstadt, geht's nun... Ich kriege da keine Züge lang. Also geht es hier mit dem Bus... ...bis hierher... ...und dann geht es hier mit dem... ...mit der Knüppeldaxe oder so, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Äh, geht das hier dann in den Bahnhof rein. So hat er das gedacht. Und ich hoffe auch, dass das auch dementsprechend... ...wirklich geht. Natürlich auch wieder mit... ...Signalen. So, dann machen wir hier auch. Wo ist denn jetzt? Also bis jetzt? Läuft das? Bin mal gespannt, wie das hinterher ist. Wenn ich auf die Züge... ...wenn ich auf die Züge einsetze... So, da... ...hier noch? Es läuft. Moment, abspeichern? Wie war abspeichern? Über einmal mehr als einmal zu wenig? Was mir alles schon eingepeilt ist, was? Das wissen Sie nicht. Denn umgebaut und alles... ...nein? Macht er nicht? ...nein? Ne, das ist ja nicht. ... ... Warum nicht? ... 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 ganze Städte Namen zu geben. Da kommt vielleicht immer was raus bei, oh Gott. Dummstadt und so, ne? Ich sag nur Dummstadt. Oh Mann, 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 Mann. Aber naja, gut, man will's machen. Ich hab das Gefühl, von da aus geht das, man muss das von hier ausmachen, wa? Ne, geht auch nicht. Hallo? Hallo? Ne, wie hat er? Was ist denn das? Mal geht's, mal geht's nicht. Was ist das? Warum will er nicht? Ah Mann. Hm. ja nur nicht aufgeben immer wieder versuchen weiter hier haben wir ach so ja jetzt wissen wir nicht weil wir weiter waren wir müssen nämlich hier auch ja Jetzt haben wir hier noch einen Gleis. Was geht hier rum? Ja, dann müssen wir vor der Brücke einfädeln. Ja, dann müssen wir hier noch einen Gleis. Ja, dann müssen wir hier noch einen Gleis. Ja, dann müssen wir hier noch einen Gleis. Nein, der kann ja nicht da lang. Der müsste da lang laufen. Warte mal, er kommt schon hier. Nee, das ist der. Der läuft hier lang. So soll es sein. Moment. Ich tue gleich mal ein Signal entsetzen, dass ich weiß, wo es lang geht. Wie machen wir denn das jetzt? Wir haben ja nichts. 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 weiter acht jahre die stadt nicht st Und schon stehe ich wieder auf dem Schlauch. Ich muss ja mal Schluck Kaffee trinken. Meine oh Mann, das ist ja 20 vor 10. Ja, heute haben wir Dienstag. Den 12.12. Ja, man munkelte ja eigentlich, dass eventuell die Regierung heute zurücktreten tut. Äh, das passt nicht. Aber warum hat denn der so viele Gleise? Fünfe, fünfe, bin ich doch gar nicht. Machen wir nur zwei. Oder? Moment. Das wird ein bisschen lang, war auch 320 Meter. Das ist doch ganz schön lang da für den Bahnhof. Für den Güterbahnhof. Na ja, egal. So, dann könnten wir eigentlich von hier abgehen nach da. Aber, die Straße muss ich auch noch verbinden. Welche Größe hat er? Noch eine Größe? So, das war vorgegeben. Und, wie können wir hier? Hier haben wir gar keine Straße. Geht mal an hier. Hier haben wir überhaupt keine, keine Straßeanbindung hier. Eieiei, Eiei, 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 Eiei. Ja, weiß nicht, ob ich den Gleise mache. Na gut, machen wir erstmal. Achso, ich weiß. Das ist nicht ganz gerade geworden. So, wie machen wir das jetzt? Ich habe es gesehen. Moment. Wegen sowas kann das passieren. Wegen sowas kann das nicht immer gehen. So. Jetzt müssen wir. Warte mal. Wir machen das anders. So. Und so. Dann kommen wir hier an. Und doppel. Und dann gehen wir jetzt vorbeikommen. So. So. So haben wir das gedacht. Das müsste funktionieren. Dann Signal. Und der hier. Alles klar. Dann machen wir hier noch eine Weiche rein. Ich liebe es, wenn alles klappt. Was man sich so ausdenkt. Wenn der hinterher mit dem Spiegel auch noch klappt. Besser kann es gar nicht. Aber auf der Seite ist er mal. Dass wir die Bahnhöfe und die Schienen gerichtet haben. Und die Signale gesetzt haben. So, dann können wir hier. Hier müssen wir noch. Ja. Wir kommen gleich hin mal. Er speichert. Na, ich speichere auch nochmal ab. Das ist sicherer. Ja, ich muss mir ja gerade ein bisschen überlegen. Wie ich das mal hinkriege. So. Jetzt gehen wir hier einmal quer durch. Wir müssen ja. Hier noch hin. Ach du Scheiße. Guck mal hier. Die ganzen Autos hier. Das ist ja eklig. Ach so. Ach so. Ein bisschen Platz schaffen. Die wachsen ja wieder. So. So. Das wäre erstmal das letzte hier. Und hier können wir. Ja. Verbinden dann gut. So. Nochmal hier. Ein. Guter Bahnhof. Nochmal. So. 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 This table is awake. As you can see. Yes. Jetzt tun wir den mal gleich mal her. Okay. Wir haben das aber auch schon da. So. Ich weiß nicht, soll ich die Straße erstmal mal wegreißen? Und die dann neu reinsetzen? Dann die Autos werden verschwunden da. So kriegen wir die Autos auch weg. Oh Mann. So. Machen wir die Straße wieder hin. Halt. Größer. Ne, noch größer. Was? Noch größer. Wollen wir erstmal bis dahin. So, jetzt lass mal hier an. So. ja Ja, auf jeden Fall ist es wieder dran, oder? Ja, ich mache hier ab. Ja, mit zwei. Halt, ist das gerade so? So, und dann wollen wir hier durch. Ja, das spielt ja keine Rolle, das ist ja nicht so schlimm. Okay. Ich bin gespannt, wie viel Züge ich brauche, um die ganze Ecke hier ab, weil die im Kreis fahren. Da hinten. Ja, hier hinten fahren die alle im Kreis. Oder sollen. Und wie das dann aussieht da, da frage ich mich auch. Wie lange die wohl brauchen. Und ob ich da... Ja... Mit zwei Züge komme ich da nicht hin. Das wird wohl zu lange dauern dann. Am Anfang wird das wohl gehen, aber... Dann nicht mehr. So, jetzt machen wir erstmal hier. Komm her. Moment. Komm. Mach da nicht. Mach da nicht. Mach da nicht. Mach da nicht. Zu dicht dran, oder, wa? Scheint zu dicht dran zu sein. Ähm... Kann ich ja... Versuchen mal hier... Geht. Bin ich immer überglücklich. Signale. Mal hier. Ausfahrt. Und dann kann der hier halten. Vor dem Bahn. Vor der Straße. So. Da ist auch. Da ist auch. Die Straße muss ich noch anschließen. Sonst da irgendwo bleiben. Keine Ahnung. Kann ich nicht wegmachen. Äh... Die kann ich... Kann ich wegmachen? So. Wie ist das dunkel hier. Ähm... Ist das hier durch den... Keine Ahnung. Da kümmern wir mal... Mit... Äh... So. Dann geht das hier. Und dann... Machen wir hier auch noch... Weichen. Endbahnhof. Äh... Die Weiche machen wir natürlich hierher. Besser. Ja. Aha. Klasse. Ja. Muss doch mal klappen, ne? Ja. Das macht doch richtig Spaß, wenn man sieht, dass es vorwärts geht hier. Hier halten wir hier an. Und hier. So. 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 Und da noch... Äh... So. So. Dann brauchen wir hier noch. Hm. Moment. Gebäude. Wir brauchen... Was ist das denn hier? Straßendepot. Natürlich. Wir brauchen ein Straßendepot. Wir brauchen ein Straßendepot. Wir müssen ja auch hier Autos haben. Und LKWs. So. Das. Hm. Ich hab keine Ahnung. 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 Was soll das sein hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm dazu. Ich werde es jetzt mal versuchen. Mit dem Mal-Tool. Mal gucken. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Und ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Das geht ja nicht. Oder? das sieht besser aus als vorher ok so wie machen wir das ja mit der straße hier ich habe da keine ahnung jetzt darüber darüber das geht doch gar nicht alles das wird ja was siehst du, geht nicht ist zu hoch ist zu hoch ok, machen wir das mal so vielleicht geht es jetzt so wir müssen dann da nicht ok ok so, haben wir wieder was jetzt ist das da hinten oh, wir haben schon wieder gleich soweit Mensch, wenn ich das nur wüsste Mensch also hier haben wir ja schon die Namen zum gegeben das ist schon das haben wir warte mal da kommen wir nicht rein da kann es passieren also das Ende haben wir fertig ja dann brauchen wir hier noch aber das kann ich obleib machen hier ein paar Dinger hinsetzen hier LKW-Termine LKW-Termine und Bus-Reitestellen und da vor allem muss ich ja mal den Namen oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott das wird ja was ich bin ja jetzt schon wieder passungslos ach, kipp mal an hier hier stimmt ja wir haben ja hier müssen wir ja noch den den Bahnhof anschließen den haben wir ja noch gar nicht angeschlossen Warte mal, jetzt kommen wir da von da von da ach du scheiße ich muss ja hier von dem mit der Cargo hier rüber stimmt ja ich muss ja mit der Cargo hier rüber und dann hier auch nochmal rüber ich muss ja hier her die Stadt hatte gar keinen Anschluss mit Cargo die anderen auch nicht hohohoho dann wird ja noch ein Video gut dann sollte erst mal gewesen sein ich danke euch für euer Interesse und im nächsten Video ja geht es hier ab hier rein da rein und die nächste Stadt und dann werden wir uns auch überlegen mit den Städten Namen an alles klar dann sag ich schönen Tag noch und schönen Tag noch Euer Eisenbahner Hans Dampf aus Berlin Winke winke bye bye machs gut Nachbar